Im heutigen Testbericht schauen wir uns eine iPhone 6 Hülle aus dem Hause Stilgut an. Sie trägt den Namen Thales, soll gut schützen und dabei trotzdem gut aussehen. Meine Meinung erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Die Stilgut Thales kommt aus der Fashion-Serie des Herstellers und ist in meinen Augen auch tatsächlich sehr stylisch. Die Hülle besteht aus sogenanntem Tweed, also einer Art hochwertigem Stoff und weiterhin aus echtem Rindsleder. Über eine kleine magnetische Lederlasche können wir die Hülle zur Seite hin aufklappen. Auf der rechten Seite findet dann das iPhone seinen Platz, links gibt es noch Verstaumöglichkeiten für Kredit- bzw. Visitenkarten, Geldschein und ähnlichen Dingen. Das ist auf jeden Fall verdammt praktisch, so kann man in manchen Situationen zum Beispiel das Portemonnaie mal zu Hause lassen, sein Handy hat man heutzutage ja sowieso immer dabei. Wie eben angedeutet, gefällt mir das Design sehr gut. Das Leder ist eine schicke Ergänzung zum stoffartigen Material darüber und generell ist die Thales-Hülle in vielen verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Das Leder kann entweder, wie hier bei mir, Cognac-Farben oder aber auch schwarz sein. Das Tweed hingegen gibt es in einigen Farben und auch mit verschiedenen Mustern. Die Hülle ist auch nicht nur für das iPhone 6, sondern zum Beispiel auch für das 6 Plus und für diverse Geräte anderer Hersteller verfügbar. Ich hatte hier schon einige Stilgutüllen im Test und eine Sache hatten eigentlich alle gemeinsam, die Qualität. Auch die Thales ist wunderbar verarbeitet, die Nähte sitzen ordentlich, die Materialien fühlen sich sehr hochwertig an. Das ist echt immer wieder toll. Die Passgenauigkeit ist im Grunde perfekt. Man kann das iPhone sehr einfach einlegen, indem man es an der einen Seite anlegt und die andere dann mit leichtem Druck herunterdrückt. Das iPhone sitzt dann auch bombenfest und sicher in der Halterung. Die Kanten sind übrigens keineswegs scharf und ihr braucht da keine Angst vor Kratzern oder sowas haben. Die Aussparungen sind insgesamt recht großzügig gemacht. So wurde die gesamte Oberseite sowie auch die Unterseite freigelassen, aber durch den Aufbau der Hülle bringt das keine Nachteile beim Schutz. Die Lautstärketasten und auch der Sleep & Wake Button sind genauer ausgespart, lassen sich aber sehr gut bedienen. Zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch die Kamera und auch diese Aussparung sitzt 100%ig. Zusammengefasst bin ich sehr zufrieden mit der Stilgutalis. Sie sieht schick aus, ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und die Verarbeitung sitzt einfach. Aussparungen sind alle gut gemacht und durch den buchartigen Aufbau habt ihr einen ziemlich guten Rundumschutz für euer Smartphone. Kosten soll das Ganze 29,99 Euro und das finde ich auch absolut angebracht. Links zu Amazon sind natürlich unten in der Beschreibung. Falls sich der Preis mal verändert, erfahrt ihr dort immer den aktuellen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welche Art von Hülle euch am besten gefällt. Sprich eher hier so eine buchartige oder eine ganz einfache ohne irgendwelche Klappen dran. Das würde mich mal interessieren und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut Leute. Ciao.